Hallo zusammen. Reden wir nicht lange um den heißen Brei des Videos recht kurz. Es gibt Videomaterial zum neuen Enbenic RG405. Die Quelle zu diesem Video habe ich unten verlinkt. Schön, dass ich durch dieses neue Videomaterial getriggert wurde, mal ein Video zu machen, was nicht mit dem Steam Deck zu tun hat. Ich habe das, um ehrlich zu sein, auch vermisst. Der RG405 bzw. hier die Metallversion kommt mit dem Unisoc Tiger T618 Prozessor. Der gleiche Prozessor, der auch schon im Retrored Pocket 3 Plus und im Enbenic RG505 zum Einsatz gekommen ist. Was natürlich gleich bei dem RG405 auffällt, ist nicht nur die Form, die an den Seiten abgerundet ist, sondern auch das 4 zu 3 Display, was einem Käufer des RG353 durchaus gefallen könnte, da man hier etwas mehr Power im Gerät hat und aber auch das Retro 4 zu 3 Display vorhanden ist. Es gibt ja auch einige denen das 16 zu 9 Format vom Retrored Pocket 3 bzw. 3 Plus oder auch einbändig RG505 nicht gefällt und die Wellnetz hier bedient. Ich kann natürlich auch die Leute sehr gut verstehen, die mittlerweile dann doch vielleicht ein, zwei Jahre schon sich mit dem Thema beschäftigen und die diese ganzen neuen Modellvarianten mittlerweile schon etwas langweilen. Naja, absolut nachvollziehbar, keine Frage, aber es kommen natürlich auch immer wieder neue Leute dazu, die das Thema dann etwas spannender finden. Übrigens ist das 4 zu 3 Display, was hier eingebaut ist, 4 Zoll groß. Und was mir auch aufgefallen ist, neben dem doch recht hübschen Metallgehäuse, dass kein HDMI Ausgang vorhanden ist, ich habe da nichts erkannt. Also offensichtlich ist oben nur der USB-C Anschluss für den Strom und das war es dann. Die Startselect-Taste ist auch vorne und eine Home-Taste ist auch vorne. Sieht auch gar nicht verkehrt aus. Man muss sich dann halt eben mit dem abgerundeten Design anfreunden. Das hat man ja vorher so noch nicht von NBNIC gesehen. Übrigens achtet mal auf den Stick. Der hat an den Seiten so eine Rifflung, die mir bisher bei keinem der anderen Geräte so aufgefallen ist. Vielleicht ist er hier nur beim Prototyp verbaut, aber mal gucken, vielleicht kommt er ja so ins Endprodukt. Wäre ja mal was Neues, ja. Gut, ich freue mich, dass ich mal wieder eine News in Videoform machen konnte. Wenn euch das Video gefällt, liked es, abonniert gerne den Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Ciao, ciao.